kann ich nicht alle hergeschossen mahlzeit guten tag und guten morgen und willkommen zurück zu einer neuen folge 7 days to die age of oblivion wie ihr seht nicht von zu hause sondern unterwegs weil wir hier fest haben kleiner bastard ich kriege ich auch und ich habe mir so gedacht nachdem ich das hier gesehen habe das sollte ihr mal von außen sehen also richtig schön aus und ich habe noch was gesehen da ist er da ist der apokalypse traktor jetzt betet mal bitte zu gott dass wir zu eurem gott zu wem auch immer wir haben ihn leute wir haben den apokalypse traktor den werden wir natürlich bei gelegenheit ausprobieren weil er ist ja hier weil er wohl schießen kann das müssen wir mal ausprobieren bei gelegenheit sondern das muss ich hier erst mal wo geht es denn hin jetzt den rhein erst mal gucken wo wir hier reinkommen in das ding in die ölbohrinsel 100 meter werden doch schon weniger glaube ich war noch mal zurück irgendwo muss es doch hier reingehen ach ja hier 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 ist eine brücke hier ist was läuft mir noch jemand hinterher sieht nicht so aus gut leute dann will ich sagen wir probieren das ganze hier mal aus was hier so passiert räumen vorher leer ja ich habe alles was wir an munition hatten an blei in munition umgebaut wird dass wir hier noch ein paar panzer brechen zusammen kriegen soll der ganze rest von der tier rein das haben wir platz doch einmal nach es ist natürlich wieder eine befallene quest ist ja ganz klar so was habe ich mir gedacht so was habe ich mir gedacht so was habe ich mir gedacht hier traue ich auch nicht irgendwo ist doch hier was irgendwo ist doch hier was irgendwo ist doch was im wasser ich habe es doch ganz deutlich gehört gerade darüber kommen jetzt oder soll man das riskieren wo sind jump da rein ja wir riskieren das mal da ist droni und würde ich sagen schwartenmagen und geht es hier los wir holen natürlich unsere freunde dazu die dürfen ja natürlich nicht fehlen die jungs schauen wir doch mal was hier so passiert was hier so sache ist war ja klar dass es dann wieder alles zu heiß wird was ist denn mit dir habe ich wieder tausend mal vorbeigeschossen oder was tausend mal vorbeigeschossen wie üblich jetzt kann ich am besten vorbeigeschießen jetzt kann ich am besten vorbeigeschießen also super was ist denn hier heute los am frühen morgen wo kloppt denn hier noch jemand da kloppt gerade keiner mehr da unten hat er gekloppt der brutte kommt natürlich hier nicht weiter ist doch nicht so schön mit denen kommst du jetzt hier durch oder willst du das nicht oder was ist mit dir oder was ist bei dir verkehrt mein freund das ist nicht wahr hier oder das ist nicht wahr was hier gerade passiert danke danke alter kleiner wie ich das hasse wenn die assis einen da hier eben zur seite drücken ja und diese liebe drohne ist auch sonst wo hier waren er verschwunden schon wieder ist das ätzend wenn das passiert ich hasse das ich hasse das leute ich wisst gar nicht wie sehr ich das hasse danke drohne ich glaube dass wir hier so viele spüle stehen das ist auch nur eine eine falle gewesen als du damit irgendwas irgendwie beschäftigt bist so was war hier außen war hier überhaupt irgendwas ja hier geht es weiter gleich wir gucken dann erstmal die anderen stockwerke durch wir gucken erstmal geh weg erstmal die anderen stockwerke durch hier ist ja noch eins muss auch nicht weiter gehen großartig rouletten ist hier noch irgendwas nein klo sonst auch nichts da drin so aber das ist hier noch nikes nehmen erstmal alles mit was wir kriegen ja es ist uninteressant wie es aussieht da kann man hier schon was zerlegen ja du kannst du kannst zergelegt werden wie sieht es hier bei dir aus trink was trink was und dann isst du was und dann wird hier mal ein bisschen was reingestuft und zwar alles wo es ist technische kinder rein ja das das und dann machst du das noch dazu da habe ich da ein bisschen platz was war hier sonst noch gar nichts da geht es runter war es sonst noch ein ausgang hier nein so einmal hier hoch was war hier mumpeln ich kann das nicht abbauen oh schade ne ich kann sie nicht abbauen ich kann sie leider nicht abbauen gut ist da oben noch irgendwas ne da ist sonst nichts da war auch dieser 1 2 runter dann geht es hier weiter ne dann geht es hier draußen weiter in meinem schnellverfahren hier durch sicherheitshalber bevor da irgendwie Gott von da kamen wir oder wo steht mein Moped ne wir kamen von da wir kamen von da gut was ist hier los hier drin da ist einer da ist einer My senses have picked up something. Wo kamst du denn her? Aha. Ah, hier hat er sich schon freigeklopft. Da hat er sich schon den Weg freigeklopft, der junge Mann. War hier auch nur ein Klo? Nö, ist noch mal ein Treppenhaus. Ich dachte, hier wäre noch mal ein Klo mit dem Haus. Was geht hier jetzt noch hin? Ein bisschen Beute ist immer gut. Wieder so ein dickes Ding. Ah, hier ist noch einer. Da war noch eine junge Frau, die ich nicht gesehen habe. Halt. Hier kannst du mal wegmachen. Da sind das Ganze zerlegen. Das kannst du mal essen mit Plasma Gang. Tornado Pistol. Laser Pistol that uses very laser ammo, the payable of burning on the train target. Okay. Okay. Ja komm, aus Platzgründen lerne ich das alles. Aus Platzgründen lernen wir das alles. Das kann weg, das kann weg. Lass mir hier dann wieder so ein bisschen was. Was ist hier sonst? Okay. Ja, kommt nur alle hier runter. Kommt nur alle schön runter. What a mess. Drecksau. Muss das natürlich direkt ausnutzen. Hey, muss das direkt ausnutzen. Kleine Drecksau. Da will ich über nicht zu weit hoch gehen. Hier ist ein Generator. Oben noch. Wir müssen ja überall... Müssen wir ja reingucken. Das ist ja das Schlimme. Kann ja überall welche sein. Nö. Nein. Dann doch nicht. Gut. Mal gucken, wo sind wir hochgekommen. Hier sind wir hochgekommen. Da war er hier drin. Genau. Hier runter. Dann haben wir die Ebene fertig. Hier haben wir alles gemacht, glaube ich. Hier ist auch noch ein Scheißhaus. Hier ist auch noch ein Scheißhaus. Ein Scheißhaus. Und da kamen wir. Dann gehen wir jetzt mal auf der Seite hier weiter. Mal gucken, was hier so ist. Hier ist ja nix. Incoming enemies, prepare for conflict. Hier ist ja nix. Hier gibt es ja nix. Hier ist ja nix. Das ist ja nix. okay das waren die beiden müssten hier unten alle gewesen sein wir gehen 1 noch oben kann ich alle hergeschossen das war hinten noch einer haben wir euch lad nach wieder ich habe so angst darunter zu fallen habe da so angst darauf den abgang zu machen da müssen wir noch mal hier nach oben glaube ich da werden auch welche kommen deswegen warte mal von wo kamen wir kamen von hier weiter unten genau euch beiden brauche ich jetzt hier wo ging es hoch dann stelle ich euch nämlich hier hin da kann ich gleich schön hier hoch und dann gleich wieder runter genau so kleiner bastard hab ich dich hab ich dich mein freund komm system mach jetzt nicht diesen hier hier ist sonst nicht viel die ist schon leer ist wirklich nicht viel sonst da ist wirklich sonst nichts so wie kann ich dich helfen wie kann ich dich helfen indem du die sachen nimmst dankeschön so jetzt können wir hier auch mal ein bisschen gucken brauchen wir nicht hier irgendwas nein hier war ich auch sonst nichts hier war ich auch sonst nichts da hinten ist essen kühlschrank so warte mal 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 wie war das wo kamen wir wir sind von da gekommen dann ging es hier rüber von hier aus bin ich dann hier gelandet und dann geht es hier noch da rüber und dann ist die seite schon mal ach da hinten ist endloot ok da hinten ist der endloot alles klar weiß ich bereit da ist der endloot weiß ich bescheid da kommt ist das ein bisschen ist das ein bisschen dann kann sie das hier noch lesen droni hat die irgendwas ja das kriegst du auch noch da rein so noch mal wie war das wir kamen von da sind hier hin so haben dann hier aufgemacht ok jetzt hier rein hier ist aber zu wieso ist hier zu wir sollen dann wohl von hier aus kommen würde ich mal behaupten oder sonst ist hier ja keine weiter hoch geht es auch nicht aha master we we are not alone away so Oh, die Mama muss ich. This ought to make you feel better. So ein Pech, aber auch das aufm Klo, dass man dich aufm Klo wiegt hat, so ein Pech, aber auch. So, haben wir hier erstmal Ruhe, dann haben wir hier erstmal Ruhe, holen mal unsere Jungs zu uns, zack, so wie ist es supposed, dass wir hier weiterkommen, wie ist das vorgesehen. Hier ist sonst nichts, also dann geht es hier hoch und dann geht es hier weiter hoch, da ist zu. Da ist aber nicht lange zu, da ist dann aber auch nicht lange zu, die können wir aber mal zumachen. So, einmal, zweimal das übliche. Ja, sehr geil. So, der rote Schleier ist weg. So, dann nehmen wir hier nur noch den Bird. Was war es denn hier auf der Seite, sonst ist hier aber nichts, sonst ist hier nichts. Da ist der Endloot. Warte mal, wo ist das Moped? Und da kamen wir. Hier ist sonst nichts, außer ein bisschen Loot. Gut. Außer hier so ein bisschen Zeug. Gut. Jetzt müsste ich die zwei Sachen mit. Holst dir mal deine Verstärkung mit rein. Aber wo soll es denn hier weitergehen? Hier habe ich ja schon geguckt. Hier ging es nicht weiter. Hier. Gut, dann hier nach hier. Hier ist sonst nichts. Kamen von da. So, ich muss mich schon wieder orientieren, das ist so schlimm. Hier ist Moped. Hier kamen wir rein. Sind wir erstmal hier hin. Was das gemacht hat, weiß ich nicht. Das haben wir noch nicht. Wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht. So. Wie gesagt, von da kamen wir. Den hier hatten wir. Den hier hatten wir. Dann geht es jetzt hier weiter und dann zum Schluss zu dem, würde ich sagen. Deine Senses auch. Meine auch. Wie? Halvi tot. Totes Halvi. Liebe Ladung Bücher. Dann sind ich wohl dann. Es hat zwei Dinge hier. jetzt erstmal ruhe Oh, in der Höhle ist Balsam für die Seele. Ich bin ein Schock weiter nach unten. Wo sind... ...hack ich. Wo denn? Ach, die stehen hier unten. Die Jungs stehen ja hier unten irgendwo rum. Und zwar da draußen. Hier sind sie. Hier ging es nach oben, glaube ich. So, das war es dann jetzt auch wieder hier oben. Wow, nicht so der Fall. Nicht runterfallen, mein Freund. Nicht runterfallen. Ist hier irgendwo was? Ja, hier ist eine Kiste. Da gab es ein bisschen Eisen. Eisen ist gut. Eigentlich was nervt, ist es sehr unübersichtlich, sehr verwirrend hier alles. Sehr verwirrend hier alles. Das kam weg. Packen wir hier noch ein paar Sachen rein. Danke, weiter. Wo ging es runter? Hier ging es runter. Gehen wir dann hier noch. Bisschen Holz. Na hier ist sonst nichts Brauchbares. Ist sonst nichts Brauchbares. So. Wir haben das. Wir haben das. Bleibt nur noch das. Irgendwo hatte ich doch den Endblut schon gesehen. Wo war das denn? Ich habe doch irgendwo Endblut gesehen. Egal. Wir gucken mal, dass wir hier vorankommen. Hier waren wir doch, glaube ich, schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Auch Hunger hat er wieder, der Kleine. Hier waren wir schon. Hier glaube ich noch nicht, oder? Ne. Hier waren wir noch nicht. Gut. Gut. Zweimal Goombow-Eintopf, bitte. Dann trinkst du auch noch einen. Ja, kommt hier nur schön einer nach dem anderen hier raus. Einer nach dem anderen, so ist das brav. Komm. Komm, Halbi. So, das kommt mal hier. Und dann nochmal Ladung Bücher. So. Wir gehen einen nach oben. Ich muss erst mal nachladen, danke. Und wieder fertig. Wieder ein Level. Ah, falsch. Es gibt wieder dasselbe Spielchen hier. Einmal. Einmal. Zweimal. Einmal nachladen, bitte. Danke. Aha. Gordenschein. Einer nach dem anderen hier runter, bitte. Incoming enemies, prepare for conflict. Das war es mal wieder nicht. Hier schwere die Frage, wo, wie, was, wann und warum. Das ist da dann immer so die Frage. Hier ist aber sonst nichts hier oben. Hier ist sonst nichts. Da brennt es irgendwo. Da brennt es irgendwo. Den haben wir, den haben wir. Ja, den haben wir auch. Den haben wir. Ich glaube, hier müssen wir weiter hinter. Ich glaube, hier müssen wir weiter hinter. Ja. Da kommt wohl Endwelle. Da kommt wohl die Endwelle, Leute. Verschlossen. Gebiet ist aber noch nicht sauber. Aber wir wagen uns mal hier rein. Save. Platz mal nach. Platz zu. Warte mal. Mal hier ein bisschen Platz machen. Kann sich ja kein Mensch bewegen hier. Einmal. Zwei. Incoming enemies. Prepare for conflict. Genau deswegen. Genau deswegen. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Dürfte nicht mehr viel sein. Wir dürften fast böse sein, Leute. Hier ist ein Medik. Das ist schon ein Scheiß. Gut. Wo ist die leider noch oben? Da ist die leider noch oben. Zwei. Leider noch oben. Ja, Droni hat mir schon ein paar Mal jetzt den Arsch gerettet. Muss ich ja ganz ehrlich mal zugeben. Da muss ich doch mal die Hand heben und sagen, ja. Ohne Droni keine Chance. Droni ist... ...kann einen schon den Arsch ganz schön retten. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Das muss man dann auch mal anerkennen. Und wieder runter und nach hinten. Danke. Thank you. Ihr Polizisten. Ihr Polizisten. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Irgendwo ist doch dann wieder einer verkehrt, wie er nicht soll. Oder? Nee. Hier nicht. So, irgendwo fehlt doch dann jemand. Wie komme ich an den End-Looter ran? Muss ja auch eine Möglichkeit geben. Ah ja. Lass mich raten. Habe ich mir gedacht. Dann müssen wir uns gleich die Milchhauten reinbaden. Ist okay. Ja, wir haben den End-Loogen sich schon mal erreicht. Das ist gut. Das ist gut. Das wäre es. Nee, 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 nee. Da war nochmal ein Spier-Hunter, den wir noch nicht hatten. Aber wir sind noch nicht durch. Es fehlt noch was. So wie es aussieht. Wir haben ein 6er. 65. Dann machen wir hier schnell auf. Aber wurde, wie fehlt hier noch jemand? Das frage ich mich. Wurde, wie fehlt hier noch jemand? Das war natürlich sehr geschickt. Das war natürlich ganz toll gemacht, mein Freund. Das war ganz toll gemacht. Super. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß, dass wir nicht alleine sind. Ich weiß, dass wir hier noch einen. Dass hier Krokodile sein müssen, ist mir schon klar. Lass uns aber da rein schwitzen. Und raus. So. Jetzt geht die scheiß Sucherei los. Das hasse ich so. Ich hasse das. Diese perfekte Sucherei nach irgendwelchen übrig gebliebenen Idioten. Warte mal. Ist mal hier ganz nach oben. Hier hatten wir aber, glaube ich, alle. Meinen, wir hätten alle gehabt. Ja. Sieht so aus. Gut. Ganz oben war... Ach, war das? Genau. Genau, genau, genau. Zack, zack. Da ging es hier weiter. Hier ist nur die Küche gewesen. Hier war nicht viel, ne? Ne. Da ging es einmal hier außen rum. Gut. Dann war hier das erste. Morgen auf Vorrat. Habe ich denn was vergessen? Ja, ernsthaft. Komm von hier hier rein. Genau, das ist auch. Hier hatten wir wohl alles, oder? Ja, hier hatten wir alles. Machen wir mal den als nächstes. Hier müssen wir mal reingucken. War jetzt was. Hier waren die Duschen. Da ist noch ein bisschen zweig. Hier geht die Platzmacherei wieder los. Platz genug. Was war ich hier? Ah, hier. Da habe ich das gesehen. Genau. Ich habe das gesehen. Ich habe hier noch. Ein paar Lapten. Ein paar Lapten waren hier noch. Hier oben aber sonst nichts mehr, oder? Nein. Und ganz hier oben auch nicht mehr. Nee. Nein, nein. Lass mich raus. Danke. So, da ist der Endloot. Da war der Endloot hier. Habe ich irgendwo jemand vergessen? Da geht's raus. Nee, hier ist sonst niemand. Die Tür war zu. Die habe ich mir aufgemacht. So, hier war der Endloot. Und da kamen wir. Und da hinten kamen wir. Das ist der hier ist gemacht. Der hier ist gemacht. Der hier ist gemacht. Und der hier ist gemacht. Das ist mit dem hier. Wo soll ich denn hier was vergessen haben? Frag ich mich. Ganz klar, ich verstehe es nicht. Oben war ich doch hier auch. Ja. War hier oben. Säubere Gebiet. Drinnen bleiben. Ich, Leute, ich verstehe es nicht. Ich schlade hier schon wieder dumm durch irgendwelche POIs rum. Weil natürlich keiner richtig den Plan hat hier. Das ist doch kacke. Ist das doch. Das ist doch echt ätzend. Aber hier war ich drin. Sonst nix. Aber warum ist da so ein brennender Ölzweig? So to speak. Ist auf der Seite ist das Ding. Da komme ich aber nirgends hin. Das ist nur zum... Das ist doch. Eh? Das war's für mich, während ich es rauskriege. Meine Senses haben etwas bekommen. Administerieren die Medikamente. Geht doch. Muss aber erstmal drauf kommen, dass wir dann hier runter müssen. Alter. Alter. Wie mies. Wie mies. Ah, wir haben es gerockt. Wir haben es gerock'n'rollt. Wo ist mein Moped? Da hinten ist mein Moped. Nicht da nach oben. Ab hier hinter. Ab hier hinter mit dem Günther. Wo hast du denn her? Ich prepare gar nichts. Da ist nix zu prepären. Wie komme ich denn gleich hier? Wir schwimmen so schnell rüber. Das ist nix zu preparen. So. Feierliche Spitzlanzen zur Hand. Wir sind fertig. Im ganzen Land. Das heißt, liebe Freunde der Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Great to see you, Master. Da ein alter Frische von zu Hause aus. Ich werde jetzt meinen Arsch noch nach Hause bewegen. Die 500 Meter. Beziehungsweise die 500.000 Kilometer. Ist doch noch ein bisschen was zu fahren. Ne, ne. Wir fahren. Ja, ihr seht's. 4,8 Kilometer. Die fahre ich jetzt schön gechillt zurück. Wir haben die Quest fertig. Die Ölbohr-Quest. Die war nicht ohne. Ja. Und dann, wenn's euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet. Wenn's da wieder heißt, der alte Mann kann kein Motorrad fahren. Und auch, wenn's dann heißt, neue Folge 7S2Di Age of Oblivion. Bis dahin. Bleibt so schön. Passt auf euch auf. Bleibt bitte gesund. Ciao, ciao.